Ich freue mich, wenn wieder Dennis da ist, dann kann ich ihn ja abfacken. Ja, wenn seine Headset immer so schön übersteuert ist. Ja, moin Leute, was geht hier bei Dali Gaming? Leider beginnt die Runde jetzt erst so spät, da ich sehr viele Probleme hatte mit diesem Scheiß-Share-Victory-Scheiß-Teil hier, ey. Womit die Stimme aufgerombiert. Das nennt man gar nicht Share-Victory, ne? Das stimmt man eigentlich nur PS4. Doch nennt man ein Share. Ja, das nennt man ein Share-Victory. Ja, genau. Ich finde einfach keine Stücke. Ja, ihr seht, Leute, ich hab das übelste Equip. Also ich werde auf jeden Fall die Gegner zerficken, bis dann geht nicht mehr. Mal sind sie Freunde, mal sind sie Leute. Na los, komm. Wams hat so gesagt, gar keine Chance gegen mich, ja. Also wenn ich da mit meinen Aim-Hand komm, dann muss er leider sagen, gut bei, ja. Da komm ich erst mal mit mein Full-Dia, alter. Vor Steinschwert kann ich wegwerfen, jetzt hab ich... Weil hier sowieso alle Kissen die kennt. Ist einfach nur ein Hacker. Ich werde es einfach, dass er hier Full-Dia ist. Jetzt hab ich übelsten Stuff, Leute. Übelsten. Ne, ich werd hier nicht. Ich hab genug Eisen, aber ich hab... Ah doch, nice! Williams, wann gibt's Rechte, ich will auf jeden Fall schlachten gehen. Wer hat alles ein Diaschwert? Ich nicht. Wir fehlt noch ein zweiter Diamant, der kann ich nicht mehr eins können. Ich hab auch einen Diamantfluss, ich hab einen Diaschwert, also... Kannst mir abgeben. Ne, 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 kannst mir abgeben. Eigener Modus auf kreativ setzen? Alles klar, Williams. Hacks! Ist doch nice. Ja, ich hab, ich hab kein Essen und ich hab vorher mein Ding... Nein. Ich schwöre. Nein, ich kann kein Glas erbauen. Also Leute, Williams Schietes bei SG. Nein. Ich hab nicht gewusst, dass ich... Nein, ich hatte am Anfang kein Essen. Alles klar, also Leute, ihr wisst, wenn ihr SG verliert gegen Williams... Ja, Pech, aus Pech. Ich hab auch kein Essen gehabt. Okay, hab ich schon, aber... Ja, aber ich hab am Anfang Anker kein Essen gehabt. Hab ich auch nicht gehabt. Ja, aber ich bin viel länger hier drin. Ja. Dann hunger ich. Ja, hast halt Hungerpech. Boah, jetzt, jetzt hol ich mir voldia. Sorge geholt. Also ihr habt gesehen, Leute, Williams, ähm... Wir werden nicht trotzdem ficken, ne? Spielt unfair. Er geht einfach in Cradle. Ja, wahrscheinlich. Nur sechs, äh, Dings, Wumms, ist was? Das reicht schon, das reicht schon. Boah. Das fickt euch da rein. Boah. Was? Ich bin den zweiten dia und hab keinen Stock mehr. Nice. Los, dann in die Mitte, Mitte. Komm, Mitte, Mitte. Komm, Mitte, Mitte. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ich bin in der Mitte, aber nicht ganz genau in der Mitte. Ich warte darauf, dass jemand kommt. Komm, Kevin. Komm in die Bütze. Dann siehst ihr meine Crew. Nelo. Ah, Leute, ich weiß echt nicht, wo lang ich gehen soll. Oh, oh, da ist jemand wessen schwarz. Äh? Kevin, ich find dich. Ach, Kevin, ich seh ich. Ich gehe meinen Weg, du siehst mich eigentlich nicht. Ich haue einfach ab, ich bin so schlecht. Echt? Ich gehe jetzt auf dich drauf. Wo ist Kevin? Wo ist Kevin? Ich werde dich zerstören. Du hast keine Chance. Du wirst jetzt sterben. Du wirst jetzt sterben. Da-da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. 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 Da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Der hat einen Bogen. Er hat einfach einen Bogen. Ich hab nicht nur einen Bogen. Es juckt ihn einfach nicht. RIP. Starligaming. Ich hab sogar getroffen, ja. 100 Aprizi. Nicht? Bitte lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ehhh. 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 Ich hasse das. Ehhh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Kevin. Fuck. Erstmal Fly-Hex anscheinend. Ich brauch jetzt einen Kill. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dann lass ich dich in Ruhe. Nein. Nein, lass dich nicht in Ruhe. Bring ihn um. Hat er nicht verdient. Der darf nicht überleben. Ich hab nur drei Pfeile. Scheiße. Von wo? Niemand schießt mich, ja? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja. Wunder, dass ich mal so lang überliebt hab. Logisches Ballball. Kann ganz plötzlich sein. Keine Ball. Keine Ball. Keine Ball. Kann mehr laufen. Komm. Nice. Jetzt müssen wir alle Kevin umbringen. Ahhhh. Ich kann nicht mehr laufen. Kleiner Pimmel. Wer geht's? Bleib doch mal stehen. Hier. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Wo ist denn Kevin? Wisst ihr das? Er läuft grad irgendwo rum. Da beim Kran oder? Ich find das so unfair. Der soll ich suchen. Rägen. Rägen. Geregt. Ja. Oh nice. Ich glaub ich seh da jemanden. Loh, der ist unter dem Netz besser. Tschüss. Tschüss. Ach Williams. Ach Williams. Ach Williams. Ach Williams. Einer bester Mann. Bester Mann. Oh mein Gott. Ich hätte keine Spielchen mit No Hands machen können. Da könnte es dir auch schwer sein. Oh nice. Immer gegen die No Hands war kackig. No Hands? Nennst du mich? Alter hab ich mich erschreckt als dieser Rote mich angeschossen hat. Oh mein. Alter. Du wirst mich eh ficken. Ich bin so schlecht im PvP, ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt. Nice, ich zähl mich was selber an. Krasse Geschichte, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen gammeln, Leute. Es geht einfach nicht anders. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Williams, Alter. Bester Mann. Leute, Todesgeläck, Digga. Egal. Also dafür dürft ihr mir ein Abo da lassen. Mitleid Abo. Ich kann dich auch die abonnieren. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, bester Mann, danke. Aber warum ist denn Sir Prince ja nicht in der Party? Ähm, er ist so in der Party. Doch ist er doch. Was ist er? Sein Hetzet ist kaputt. Ach so, das ist belastend. Aka, Dennis. That's so true. Oh, ich muss erstmal regnen, Alter. Ne, Williams, ich muss erstmal regnen. Ne, Dali. Übrigens, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Er hat da gar nicht, Junge. Ich liebe es. Hab ich gar nicht. Was? Da labert er schon wieder. Wie viele leben denn noch? Ne. Ich glaube einer. Ich bin, glaube ich, der Letzte, oder? Ja, mit mir. Ja, und. Warte, ich tp mich in der Schule. Willst du dich wirklich ein mit einem Diahelm anlegen? Willst du dich wirklich einmischen mit einem, der Kevin heißt? Kevin ist stark. Ich hab Angst vor Kevins, deshalb in meiner Schule. Na gut, das sag ich lieber nicht. Alles klar. Juckt ihn anscheinend nicht. Wo bist du, Digga? Lass es treffen, dann damit oder so. Wir treffen uns am Bahnhof. Okay. Okay. Willst du wirklich da hin? Willst du wirklich? Jawohl, Digga, du bist gefickt, Bitch. Das hab ich jetzt echt nicht gesehen. Da hast du. Ah, das war die Hose. Sorgst du dir eigentlich wieder eine Hose? Was? Wann bitte? Wie sorgst du dir eigentlich wieder eine Info? Hätt ich eine Diahose da umgegönnt, ich weiß. Nö. Es gibt keine Diahose. Ich weiß, dass du. Doch, es gibt eine. Hä? Hast du die entfernt, oder was? Ja. Weißt du, was ich mir gegönnt hab? Ein Bogen. Habe ich getroffen? Den Fight will ich sehen. Nein, den hast du nicht. Mann, das ist scheiße, Mann. Ich kann nicht viel sehen. Geil wär's, wenn ein Bogen, wenn's Ding machen würde. Hey, bei mir hat's gerade Ding gemacht. Mach das gar nicht. Komm, ich will rattern da, Alter. Rattern. Alter. Ratte. Du Sack. Du fette Lesbe. Ach, da kann man... Ach, soll ich es in der Troja? Ich hab das auch aufgemacht. Jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er runter. Komm her, du Pisser. Komm her, Mann, der Köln. Jawohl. Jawohl. Warum gewinnt er immer SG? Warum? Warum? Er hat einfach drei Kills gemacht. Trap, 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 Trap. Oh, ey, 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 oh, ey. Ey, 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 das war's mit der Folge SG, ich hab gewonnen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen schönen, freshen Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Ciao.